Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Trend. Schön, dass es Handys gibt, nur schade, dass sie alle gleich aussehen. Obwohl, mittlerweile klingeln sie ja immerhin alle verschieden. Allerdings beschränkt sich das Aufmotzen der mobilen Telefone mittlerweile nicht mehr nur auf schräge Logos und Klingeltöne. Nein, die Telefone müssen jetzt auch von außen rundum erneuert werden. Future Trend zeigt Ihnen, wie Sie mit viel, wenig und gar keinen Extrakosten aus Ihrem Handy ein ganz persönliches Wunschobjekt machen. Zwei, die einfach zusammengehören. Die 19-jährige Jenny und ihr Handy. Immer erreichbar zu sein, ist für Jenny genauso wichtig wie das Gerät selbst. Cool und trendy sollte es sein, bloß nicht langweilen. Doch wenn man das Handy immer dabei hat, passiert genau das. Man kriegt große Lust auf Abwechslung. Ich habe das Handy jetzt schon seit einem Jahr und ich muss das ungefähr noch ein Jahr behalten, bis ich ein neues Handy bekomme. Und ich finde es langsam an der Zeit, dass ich ein paar neue Klingeltöne drauf bekomme und ein paar neue Bilder, damit es ein bisschen schöner wird. Als erstes will Jenny ihr Handy-Display mit einem animierten Bild, einem GIF, aufpeppen. Auf einer Seite, die das kostenlos anbietet, wird sie fündig. Jetzt muss Jenny nur noch das Bild auf dem PC speichern und eine Verbindung zwischen Handy und Computer herstellen. Dann öffnet sie die kostenlose Herstellersoftware des Handys. Damit hat Jenny Zugriff auf PC und Handydaten. Mit einem Klick wird ihr GIF auf das Telefon übertragen und innerhalb von wenigen Sekunden erscheint der rotierende Globus auf dem Display. Genau so kann Jenny auch kostenlose Logos oder Urlaubsfotos auf ihr Handy laden. Und es so persönlicher machen. Und liegt damit voll im Trend. Für viele ist ein getuntes Handy Ausdruck des persönlichen Stils. Und so ein Handy ist nun mal ein Lifestyle-Produkt. Und jeder möchte natürlich, dass es dem eigenen Geschmack möglichst gut entspricht. Man muss einfach auch mal nach Asien schauen, wo dieser Trend schon viel weiter fortgeschritten ist. Dort gibt es eigentlich überhaupt keine Handys mehr, wie wir sie jetzt im Laden kaufen. Sondern da hängt eigentlich überall was dran und ist geschmückt mit Federn, Perlen und solchen Dingen. Also die sehen eigentlich wirklich schon sehr witzig aus. Auch Nadine aus Berlin ist Viel-Telefoniererin und liebt ihr Handy sehr. So sehr, dass sie es zwar häufig in der Hand hat, ansonsten aber wenig drauf achtet. Die Folgen, ein echter Gebraucht-Look, sprich unschöne Kratzer. Ich schmeiße es halt einfach immer in die Tasche und achte überhaupt gar nicht darauf, dass ich sorgsam damit umgehe. Und es nervt mich halt auch ziemlich, dass es halt komplett verkratzt ist. Und es sieht auch echt schon sehr, sehr hässlich aus. Und deswegen ist es wirklich nicht schön. Nadine will, dass ihr Handy wieder besser zu ihr passt und geht zu einer professionellen Handy-Tunerin. Ayano Kimura pimpt Handys richtiggehend auf und berät Nadine, wie aus ihrem lädierten Telefon ein echtes Glamour-Stück werden kann. Wir können schon was Unikates produzieren. Und also zum Beispiel so ein Schmetterling geht auch. Aber ich denke, ich will schon ein bisschen Fantasie reinbringen. Und also ich will einfach verschiedene Farbe vorstellen. Ayano und Nadine einigen sich auf ein Schmetterlings-Design. Die alten Handyschalen werden abgenommen und zunächst mit einem Schmirgelpapier abgerieben, damit später die Grundierung besser haften kann. Mit einer speziellen Lösung entfettet die Designerin anschließend die Handyschale. Die weiße Grundierung verhindert, dass später das Blau der Schale zwischen den Steinen durchschimmert. Für ein präzises Design malt Ayano das Motiv vorher auf. Über 1000 Swarovski-Kristalle wird sie auf Nadines neuer Handyschale platzieren. Die Idee, Handys mit Kristallen zu bekleben, ist ein Erfolg. Deshalb tunen die Designer von BlingMyThing auch noch andere elektronische Geräte. Eine Teilveredelung gibt es schon ab 39 Euro. Die Grenze nach oben ist offen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Nokia 8800 so ganz klassisch gemacht, weil es ja sowieso ein klassisches Handy ist, einfach in der Gold Edition veredelt. Und dann ging es auch los mit iPods. Das war auch von Anfang an ein sehr gefragtes Thema bei den Leuten. Und die haben wir dann erstmal in so normalen Designs verschönert. Und dann ging es einfach weiter mit komplexeren Designs. Und dann kommen eigentlich die Leute mit ihren eigenen Ideen und sagen, könntest du auch das machen, könntet ihr das machen. Dann war zum Beispiel PSP, Playstation, wollten die Kunden auf der Rückseite komplett veredelt haben. Inzwischen ist Designerin Ayano mit Nadines Handyschale fertig geworden. Einen Tag braucht die Designerin für ein Gerät dieser Größe. Kostenpunkt circa 200 Euro. Dafür bekommt Nadine auch ein Jahr Garantie auf die neuen Schalen. Falls sich Steine lösen sollten, werden sie kostenlos ersetzt. Die Studentin ist von ihrem Glitzer-Teil begeistert. Ja, super. Ich bin sehr zufrieden. Es hält alles wunderbar. Diesmal werden noch keine Kratzer mehr drauf kommen. Ich habe nämlich jetzt dieses tolle Handy-Tischchen. Und da wird es in Zukunft jetzt immer reingesteckt. Nicht nur aufwendige Handy-Designs und animierte GIFs liegen voll im Trend. Auch der persönliche Klingelton gehört nach wie vor einfach dazu. Soundcheck mit echten Fans. So Klingelton zeigt, denke ich, bei jedem irgendwo die Persönlichkeit, weil jeder hört was anderes, Musikstil und so. Also finde ich, dass es schon so Persönlichkeiten zeigt. Jenny testet für uns drei Klingelton-Programme, mit denen man Lieblingssongs zuschneiden kann. Mit Audacity zum Beispiel, das es kostenlos im Internet gibt. Jenny markiert die gewünschte Stelle des Songs und schneidet sie aus. Zum Übertragen aufs Handy braucht man hier allerdings noch eine zusätzliche Software. Als zweites testet Jenny die kostenlose Version des Magix Ringtone Makers. Markieren und schneiden funktioniert auch hier ganz einfach. Außerdem kann der Klingelton direkt in die Hersteller-Software des Handys exportiert und leicht auf das Telefon übertragen werden. Das dritte Programm, Klingelton-Studio, kostet 8,99 Euro. Nachteil, das Schneiden ist schwierig, weil in der Tonspur kein Stimmausschlag zu erkennen ist. Auf das Handy übertragen lässt sich der Klingelton dagegen genauso einfach herunterladen wie beim Ringtone Maker. Der Ringtone Maker hat mir am besten gefallen. Zunächst einmal, weil er nichts kostet. Das Zurechtschneiden des Songs war mit am einfachsten. Und es war am einfachsten, das Lied aufs Handy raufzuladen. Mit animierten GIFs, Fotos und neuen Klingeltönen, das alte Handy ist wie neu. Und ein Schnäppchen. Immerhin hat das Tuning 0 Cent gekostet. Wohin mit Waldi, wenn es in den Urlaub geht? An der Autobahnraststätte fühlt er sich bestimmt wohl. Was geht Leuten durch den Kopf, die Jahr für Jahr ihre Tiere während der Urlaubszeit aussetzen? Im vergangenen Jahr landeten 70.000 Haustiere im Heim. Vier von fünf wurden ausgesetzt. Wir waren mit Tierrettern unterwegs und haben vier- und achtbeinige zurückgelassene Lieblinge gefunden. Wenn Heiko Nauschütz und Thomas Reifschläger das Gebäude in der Hamburger Süderstraße verlassen, ist irgendwo ein Tier in Not. Und gerade jetzt zur Ferienzeit ist das besonders häufig der Fall. Zurzeit fahren die sogenannten Struppi-Wagen bis zu 30 Mal täglich. Nauschütz, hallo? Ja, hallo. Ich habe für euch hier noch einen Einsatz. Ja. Und zwar ist das auf dem Kurslackerdeich, da soll ein angebundener Hund sein. Sollt ihr da mal gucken? Ja. In Ordnung, wir fahren vorbei. Ja, der ist angeblich angebunden. Ja, dann werden wir ihn mitbringen. Okay, prima. Und bis später. Bis später. Tschüss. Tatsächlich, das Sorgenkind wartet schon. Hey, hallo. Tschüss ja. Hey, das ist er doch. Tschüss ja. Erst anbinden, dann abhauen. Ein feiger Abschied. Da schämt man sich halt dafür, dass man den Hunden jetzt nicht mehr versorgen kann. Soziale Probleme, Arbeitslosigkeit, es gibt so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, die Besitzer gehen nicht den Schritt, um ihn fair zu behandeln und ihn abzugeben. Steigert sich denn das? Merken Sie das? Soziale Sachen, also dass man es wirklich nicht mehr halten kann? Seit Hartz IV ist es auf jeden Fall extrem angestiegen. Jetzt in der Urlaubszeit, wie schon erwähnt, ist es ganz viel, ja. Ein Trend, den auch das Tierheim Berlin zu spüren bekommt. Mit einer Auslastung von 160 Prozent sind die Kapazitäten mehr als erschöpft. Zumal kaum noch Abgänge zu verzeichnen sind. Wer ein Tier sucht, tut dies erst nach den Ferien. Stattdessen kommen täglich neue Opfer dazu. Oft mit bemühten Begründungen. Wie bei Rocco, dem vermeintlich gefährlichen Cocker Spaniel. Warum müssen Sie Ihren Hüter abgeben? Weil er mit der Zeit müßiger geworden ist gegen andere. Hunde und gegen Kinder jetzt auch auf der Straße. Ja, das tut mir sehr leid, aber wir müssen den wieder abgeben nach vier Monaten. Fahren Sie jetzt in Urlaubs? Nee, wir fahren jetzt nicht in Urlaubs. Also, das ist bestimmt nicht der Grund. Denn wir hätten uns mit ihm einen, wenn wir wegfahren würden, hätten wir uns mit einem Hund etwas gesucht, wo man einen Hund mit hinnehmen kann. Solche und ähnliche Gründe hört Veterinär Hans-Jürgen Neitzel immer wieder. Im Hamburger Tierheim untersucht er die Neuzugänge. Die jährlich steigenden Zahlen sind für ihn mehr als erschreckend. Man muss sagen, die Tierhaltung nimmt zu und damit natürlich auch die negativen Fakten in der Tierhaltung. Und das ist also ein erheblicher Faktor, der uns Sorge macht und der uns geradezu bestürzt, weil eben das Verhältnis nicht zum Tier sich doch zu wandeln scheint. Das ist mehr so ein Konsumverhalten jetzt. Man empfindet eben nicht mehr das Verantwortungsbewusstsein, was man eigentlich für so ein Tier empfinden sollte. Das Tier als Wegwerfartikel. Ihr nächster Auftrag führt Heiko Nauschütz und Thomas Reifschläger zur berühmtesten Polizeistation Deutschlands, der Davidswache auf der Reeperbahn. Mitten im Rotlichtbezirk ist ein Halter seiner Vogelspinne offensichtlich überdrüssig geworden. Hallo, schönen guten Tag. Moin. Oh, das ist ja ein schönes Tier. Und wo kommt die jetzt her? Die haben wir Linke und Straße, auf der Straße wurde die gestellt. Ach so, also... Aber auch in dem Terrarium, hat noch keiner von uns genommen und da so reingesetzt. Also wurde dieses Tier auf der Straße ausgesetzt? Genau, so zu groß geworden. Frisch ist wohl kleine Mäuse oder so. Ich denke eher kleine Grillen. Echt? Ja, kleine Grillen und sowas. Die könnte sein, aber nicht unbedingt. Die sind am meisten auch ganz friedlich. Ja. Ja. Auch Barbara Deppe vom Hagelhof nahe Kloppenburg kennt sich mit Tieren aus, die in unseren Breiten eher selten sind. Denn auf dem Gnadenhof mit Pferden, Schweinen und Ziegen existiert auch eine Exoten-Auffangstation. Insgesamt leben etwa 700 Tiere auf dem 1 Hektar großen Gelände des eingetragenen Vereins. Die Schicksale ähneln sich. Als süße Babys im Zoohandel gekauft, werden die Schlangen, Krokodile oder Schildkröten schnell groß. Und damit zu einer Belastung für die Besitzer. Denn die Tiere brauchen nicht nur das richtige Futter. Auch Temperatur und Klima müssen stimmen, damit Schnappi nicht krank wird. Oft landet das kultige Haustier dann beim Hagelhof. So wie einer der Brillen-Kaimane. Ein Freikauf aus dem Zugeschäft. Das andere Krokodil, das ist sehr scheu, es ist auch noch das kleinste. Das kommt aus einer verlassenen Wohnung. Die ist zwangsgeräumt worden. Und als der Vermieter die Wohnung übernehmen wollte, war dann das Krokodil da. Ja, und er wusste auch nicht wohin. Und so sind wir dran gekommen. Und das dritte Krokodil war einfach eine Privathaltung. Die hat sich jemand geholt und irgendwann dann doch eingesehen. Ich kann es nicht halten. Weniger exotisch. Der letzte Einsatz der Hamburger Tierretter an diesem Tag. Auf dem Gelände einer Firma kampieren ungebetene Gäste. Eine Meerschweinchenfamilie. Ob sie ausgerissen ist oder ausgesetzt wurde, niemand weiß es. Sicher ist nur, dass die Fellbüschel in freier Natur auf Dauer wenig Überlebenschancen haben. Und deshalb blasen Thomas Reifschläger und Heiko Nauschütz in den Brennnesseln zur Nagerjagd. Hast du eins? Ja, ich hab eins. Ja, passt. Sei klar. Siehst du es? Nein. Also hier ist schon so ein kleiner Treppelfahrt. Ich denke, die sind auch schon länger draußen. Und ich denke, das macht hier jetzt wenig Sinn. Ich denke, wir werden wiederkommen und fein aufstehen. Ja. Ergebnislos macht sich das Stropi-Team auf den Heimweg. Die Männer haben heute fünf Tiere geborgen. Fünf von 70.000, die jedes Jahr ausgesetzt werden. Alles Lebewesen, die auf ein neues Zuhause hoffen. Doch das kann viele Wochen lang dauern. Einige Tiere, die natürlich jung und gut gepflegt sind, die gehen natürlich viel schneller weg. Wir werden viel schneller vermittelt als Tiere, die jetzt natürlich ein bisschen älter sind. Die sitzen vielleicht auch ein bisschen länger bei uns. Aber wir sind ja immer sehr bemüht, die möglichst schnell zu vermitteln. Alles, damit die vermittelten Tiere nicht wieder an dem Ort landen, der an diesem Tag für sie zu ihrer Rettung geworden ist. Morgens, so kurz nach dem Aufstehen, bin ich ungefähr 60 Jahre alt. Nach dem ersten Kaffee dann schon 40. Und nach der Dusche und der Restauration vor dem Spiegel nähere ich mich dann meinem tatsächlichen Alter von 30 Jahren. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und das wissen Altersforscher mittlerweile. Und schwedische Forscher haben sogar herausgefunden, dass jedes Körperteil unterschiedlich altert. Wir zeigen Ihnen deshalb, wie Sie ihr richtiges Alter ermitteln können. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Bettina Knabenschuh ist schwanger, bereits zweifache Mutter und 40 Jahre alt. Und fühlt sich eigentlich jung. Ich denke, jetzt im Moment ist es eher noch sehr anstrengend. Aber ich glaube, langfristig ist es sicher was, was einen fit geistig auch hält, weil man ja immer neuen Anforderungen gewachsen sein muss. Also ich glaube, langfristig wirken sich Kinder durchaus positiv aus. Halten Kinder einen nicht nur auf Trab, sondern auch jung? Bettina Knabenschuh macht für uns einen Test, der ihr wahres Alter ermitteln soll. In elf verschiedenen Einzeltests prüft Dr. Wilfried Bieger die Körperfunktionen. Gehör, Sehvermögen, Lungenvolumen, Gedächtnis und einzelne Muskelpartien. Die Ergebnisse der Probandin werden mit Durchschnittswerten im Age-Scan-Computer verglichen. Bettina Knabenschuh, laut Pass 40 Jahre alt, ist tatsächlich sechs Jahre älter. Erstmal ist es so ein bisschen ein Schock, weil man sich noch für relativ jung einfach hält, weil man ja so seinen ganzen Anforderungen immer täglich gerecht wird. Und man muss dann auch wirklich überlegen, wo liegen die Schwächen? Frau Knabenschuh würde ich nach den Ergebnissen, nach der Anamnese, die ich von ihr habe, empfehlen, erstens so weit es möglich ist, Stress im häuslichen Umfeld zu reduzieren, Erholungsphasen einzuschalten. Unsere zweite Testperson, Thomas Briegel, Singer, Geschäftsführer und 37 Jahre alt oder auch nicht. Sein Motto, fit forever. Er treibt regelmäßig Sport, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Surfen, Hobbys, die den Puls auf Touren bringen. Also ich mache sehr lange, sehr gerne Sport, zwei bis dreimal die Woche, die Mountainbiken laufen oder im Winter ins Fitnessstudio oder im Sommer surfen. Also ich denke, dass ich körperlich recht fit bin. Ich würde mich jetzt mal biologisch vielleicht zwei, drei Jahre jünger fühlen, als ich kalendarisch bin. Der Alterscheck am Fitness-Terminal Own Zone folgt der Zauberformel, je fitter, desto jünger. Gedächtnisleistungen werden hier nicht abgefragt. Kann man dem Älterwerden tatsächlich so einfach davon radeln, laufen oder schwimmen? Komm, kämpf, Thomas. Komm, 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 komm. Am Ende werden die Leistungswerte von Thomas Briegel im Computer gespeichert. Nach 35 Sekunden aushalten. Dann werden sie mit denen tausender ausgewerteter Fitnessbiografien verglichen. Die ganzen Werte sind in diesen Computer eingeflossen. Er hat es verrechnet verglichen mit den Referenzdaten aus den Probandengruppen. Und der Teilnehmer, der Tom, kriegt hier halt einen Ausdruck, einen speziellen, wo sein persönliches Profil aufgelistet ist. Unser Proband ist hier Kalendaris 37. Aber aufgrund seiner sportlichen Vorerfahrung und seines regelmäßigen Trainings kam raus, dass er 31 Jahre alt ist. Also ich war überrascht von dem Ergebnis. Ich hatte ja erwartet, dass ich vielleicht biologisch zwei bis drei Jahre jünger bin. Dass es jetzt tatsächlich sechs Jahre sind, ist für mich natürlich sehr angenehm und auch eine Bestätigung meiner sportlichen Tätigkeit. Doch jung bleiben ist mehr als nur körperliche Fitness. Das weiß auch Professor Martin Halle, einer der renommiertesten Altersforscher Deutschlands. Wobei regelmäßiger Sport durchaus einer der wichtigsten Bausteine der Anti-Aging-Bewegung ist. Meines Erachtens ist ganz wichtig, dass man sich bewegt. Regelmäßig, immer wieder und zusätzlich dazu kommt noch eine gesunde Ernährung, die mit viel Obst und Gemüse ausgerichtet ist. Und hinsichtlich Stressbewältigung, man sollte eben darauf achten, dass man eben nicht zu viel Stress hat. Für dauerhafte Fitness müssen viele Faktoren stimmen. Gute Ernährung, Vitamine sind natürlicher Rohstoff gegen das Alter. Gute Beziehungen, Familie und Freunde sind ebenso wichtig. Regelmäßiger Sport und stressfreies Arbeiten sorgen zusätzlich für gute Karten im Kampf um die Restlaufzeit der biologischen Uhr. Man kann sehr viel aufholen. Das weiß man auch aus großen Studien, dass selbst noch 70-Jährige, die noch anfangen Sport zu treiben, ihren Lebensstil umzustellen, dass die sogar noch einen Gewinn haben. Jung durch junge Partner, ein beliebtes Modell individueller Verjüngungskuren, die vor allem von älteren Männern favorisiert werden. Mit Erfolg? Ich glaube, es ist weniger, dass man sich jetzt so einer jüngeren Person zuwendet und damit halt für sich den Jungenbrunnen da erwartet, sondern dass man vielleicht auch nochmal sein Leben umstellen möchte. Zweite These, machen Kinder jung? Auch hier zählt der Stressfaktor. Wenn man den Nachwuchs als Bereicherung empfindet, hält er die Eltern durchaus fit. Da hochklettern. Man weiß auch, dass glücklich verheiratet in der Ehe, dass Kinder, dass auch Freundeskreisen enger, dass das auch dieses sogenannte biologische Alter beeinflussen kann. Jung sein heißt auch, sich pausenlos anzupassen, das Leben zu verändern. Bettina Knabenschuh will sich deshalb ab und zu eine Auszeit nehmen. Also ich glaube schon, dass mich meine Kinder jung halten, aber ich denke, man muss trotzdem mal schauen, wo man eigentlich steht, weil mit diesem ganzen Kinderprogramm und diesen permanenten Anforderungen hat man auch so wenig Zeit für sich selber, dass man da vielleicht auch was verschläft unter Umständen und man sollte sich schon vorher damit befassen, bevor es dann zu spät ist. Vielleicht wird sie wieder ein paar Jahre wettmachen können. Ansonsten helfen gegen das Alter keine Patentrezepte. Es ist ja auch keine Krankheit. Und gleich geht's bei uns mit diesem Thema weiter. Nicht ohne meinen Fernseher. Die neuen Handymodelle zur IFA. Früher hat man mir lange Drehtage angesehen. Jetzt habe ich eine Creme, die mein Gesicht von morgens bis abends strafft. Die Innovation von den Laboratoire Diadermin. Lift plus H2O strafft die Haut erstmals von morgens bis abends dank einzigartigem Kollagenstruktur und dem Plus an Feuchtigkeit. Warum sollte ich mich mit weniger zufrieden geben? Neue Lift plus H2O von Diadermin. Das neue Cybershot-Handy K800i für den perfekten Moment. Am Zahnfleischsaum sammelt sich bakterielle Plagg bevorzugt an. Das kann zu Zahnfleischentzündungen und Bluten führen. Die Meridol-Forschung hat zum Schutz des Zahnfleisches eine Zahnbürste mit mikrofeinen Borstenenden entwickelt. Sie schont selbst gereiztes Zahnfleisch und sorgt mit ihren mikrofeinen Borstenenden für eine effiziente, gründliche Plaggentfernung. Auch am Zahnfleischsaum. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Machen Sie den Test und fragen Sie Ihren Zahnarzt. Meridol. Balsam für Ihr Zahnfleisch. Balsam für Ihr Zahnfleisch. Balsam für Ihr Zahnfleischjaum. Auf live. Flirtfieber.de Mein Name ist Don Juan. Ich bin der größte Liebhaber aller Zeiten. Heute würde ich online gehen. Flirtfieber.de Flirten, chatten, daten. Manchmal genieße ich es, im Mittelpunkt zu stehen. Aber manchmal brauche ich auch meine Auszeit. Mit Gala-Kaffee. Dem einzigen mit der Edusho-Einzelröstung. Und eh, schmeckt man auch. Genieße deine Gala. 100 Bürstenstriche pro Tag. Ihr Haar braucht Kraft, um das zu überstehen. Entdecken Sie das neue Fructis Shampoo. Noch nie war Fructis so kräftigend. Die neueste Formel-Technologie mit Aktiv-Frucht-Konzentrat versorgt das Haar mit den wichtigsten Nährstoffen. Es ist bewiesen. Jetzt werden 100% der Haarfaser gekräftigt. So wird Ihr Haar viel glänzender. Das neue Fructis. Innere Kraft, die Ihr Haar glänzend macht. Denk an dich. Garnier. Ich kenne da ein Mädchen aus meiner Klasse. Und der Vater hat sein eigenes Haus, wo jeder sein eigenes Zimmer hat. Sind doch Spießer. Und der Bernd hat eine Wohnung auf dem Dach, von wo aus man die ganze Stadt sehen kann. Auf Spießer. Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Mit LBS Bausch bauen. Ganz ohne Zinsrisiko. Was denn? Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. Gewinnen Sie das Frösche-Duell. Mit einer unschlagbar sauberen Zunge. Das neue Teramet 3D Clean. Die antibakterielle Zahncreme, die in drei Dimensionen reinigt. Zähne, Zahnfleisch und sogar die Zunge. Neu Teramet 3D Clean. Umschlagbare Frische bis zu zwölf Stunden. Schon probiert? Von Aquafruits. Mit einem Schuss Fruchtsaft. In drei leckeren Sorten. Apfelbirne, Orange Ananas und jetzt neu Traube Kiwi. Erfrischend, fruchtig BonAqua Fruits. Brünett, entdecken Sie Brilliant Brünett. Die erste Pflege- und Styling-Serie exklusiv entwickelt für braunes Haar. Patentierte Formeln dringen tief in das Haar ein und verleihen ihm einen außergewöhnlichen multidimensionalen Glanz. Bereits nach der ersten Anwendung. Brilliant Brünett. Von der professionelle Zerjun Frieda. Hola! Bandidas demnächst im Kino. Red Bull verleiht Flügel. Wollen Sie ein makelloses Make-up, das gut zu Ihrer Haut ist? Die Lösung. Wasser ersetzt Öl. Neu Pure, das erste ölfreie Gel-Make-up von Maybelline Jade. Mit mehr als 50% purem Wasser. Ihre Haus sieht ebenmäßig aus. Glanzfrei. Kein Verstopfen der Poren. Neu Pure Make-up. Jetzt im Gesichtspflegeregal. Ich fühl mich schön mit Maybelline Jade. Ich fühl mich schön mit Maybelline Jade. Manche Altersvorsorge engt sie finanziell ein. Wie ein Klotz am Bein. Besser? Gotar Vario Rent Plus. Die flexible Altersvorsorge mit finanzieller Freiheit. Flexible Einzahlung. Flexible Laufzeit. Flexible Auszahlung. Also, lieber gleich zu Gotar. Gotar Vario Rent Plus. Mach Plus. Das Cybershot-Handy K800i von Sony Ericsson mit 3,2 Megapixeln ab 89,90. Jetzt in allen E-Plus-Shops und auf www.eplus.de. CSI Miami. Für eine gute Schlagzeile setzen Journalisten ihr Leben aufs Spiel. Das Opfer hat zwei Kugeln durch die Tür abgekriegt. Da frag ich mich, warum Sie nicht getroffen worden sind. Für wen halten Sie mich? Für einen Mann. Für eine Story. Alles tun. Ist eine Kollegin. Eindeutig Blut. Seinen fingierten Geschichten auf die Schliche gekommen. Amy? Du musst ein Handy aufspüren. Benutzt das GPS. Elfte Straße. CSI Miami. Morgen, 20.15 Uhr. 18 Uhr. Es ist Zeit, sich schlau zu machen. Eine gute Stunde voller Information. Kompakt, vielseitig, aktuell. Für alle, die schon früher Bescheid wissen wollen. Explosiv jetzt auf einem neuen Sendeplatz schon um 18 Uhr. Dann Glanz und Glamour im Star-Magazin. Exklusiv wie immer um 18.30 Uhr. Und danach die News des Tages. RTL Aktuell natürlich um 18.45 Uhr, wie Sie es gewohnt sind. Eine gute Stunde Information. Montag bis Freitag. Ab nächsten Montag, 18 Uhr. Sie wird mit jeder Scheidung reicher. Meine Klientin begnügt sich mit 50 Prozent. Er vermasselt in die Tour. Sie haben dir nichts gelassen. Doch nichts ist süßer als ich. Wenn er wie Sie, er sich zum Frühstück. George Clooney. Catherine Cedar Jones. Ein unmöglicher Härtefall. Sonntag, 20.15 Uhr. Mein RTL. Folgende Situation auf der WM-Fanmeile in Berlin. Deutschland schießt ein Tor und eine halbe Million Menschen jubeln. Nur einer. Der jubelt ungefähr eine Minute später. Er hatte mangels Sicht das Fußballspiel auf seinem Handy verfolgt. Ein TV-Handy. Schon schön. Nur wohl ein bisschen langsam. Doch im September zur IFA kommen die neuen Modelle. Und wir haben die Prototypen der führenden Hersteller für Sie schon mal getestet. Fernsehen. Eine Lieblingsbeschäftigung der Deutschen. Telefonieren ebenso. Was also wird erst passieren, wenn beides mit einem Gerät möglich wird? Man wird wahrscheinlich noch häufiger beim Fernsehen telefonieren. Vorausgesetzt, man hat nichts gegen Kleinformate. Voraussetzung Nummer zwei. Man muss ein TV-fähiges Handy besitzen. Und welcher Standard darf es da sein? Experte Fabian von Coidel klärt auf. UMTS hat in Bezug auf Handy-TV einen ganz entscheidenden Nachteil. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass bei UMTS jeder Handy-User eine einzige spezielle Leitung für sich benötigt. Das heißt, um die Fernsehsignale abzurufen. Hier kann man sich vorstellen, dass wenn tausend Leute gleichzeitig das wollen, dass es da zu Engpässen kommt. Und deswegen ist UMTS für Handy-TV eigentlich nicht geeignet. DMB und DVB-H sind speziell für Handy-TV entwickelt worden. Das Programm wird hier durch Funkwellen übertragen. Die Nutzerzahl ist egal. Momentan sendet DMB nur in Großstädten. DVB-H ist noch in der Testphase. Apropos Test. Wir wollen drei neue, TV-fähige Handys auf Bedienerfreundlichkeit hin untersuchen. Das erste Gerät ist das Nokia 6280. Ein UMTS-Handy, das ohne Vertrag rund 420 Euro kostet. Für die TV-Nutzung sind 7,5 Euro pro Monat einzuplanen. Die Partei beim UMTS-Handy von Nokia ist, dass es so ein schönes, solides Gerät ist. Fürs Handy-TV finde ich es jetzt nicht so geeignet. Es hat lange Ladezeiten. Man braucht lange, bis man im Menü wirklich beim Handy-TV ist. Und auch das Bild fand ich nicht wirklich überzeugend. Das Samsung SGH-P900 ist unser DMB-Handy im Test. Das Gerät kostet mit Vertrag ca. 200 Euro. Ohne sind stolze 600 Euro auf den Tisch zu legen. Mein Fazit zum DMB-Handy von Samsung ist, alles in einem sehr nettes Gerät. Hat leider nur 5 Sender. Schön ist, dass man das Gesehene abspeichern kann. Vielleicht ist es schon in 2 Jahren überholt, aber bis dahin auf jeden Fall ein schönes Gerät. Unser letztes Testgerät ist das Sagem MyMobile TV. Ein DVB-H-Handy. Kaufen kann man es voraussichtlich Mitte 2007. Dann wird auch DVB-H erst die Marktreife erlangt haben. Mein Fazit zum DVB-H-Handy von Sagem ist, dass es wirklich zum Fernsehgucken auf dem Handy das Beste ist. Man kann zappen, man hat viele Programme, das Bild ist gestochen scharf. Es gibt es noch nicht im Handel und vielleicht kann man noch was am Design machen. Noch gibt es viele Fragen beim Handy-TV. Etwa, welcher Standard sich durchsetzen wird. Doch schon 2008 sollen 75% der Deutschen mobil fernsehen können. Wo immer sie wollen. Das war Future Trend für heute. Hier geht es jetzt weiter mit den Kollegen vom Nachtjournal und den aktuellen Themen des Tages. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, in drei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Die Leute, die auch nichts läuft. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020